Hallo liebe Kinder, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem neuen Experimentiervideo der Jungen Technikschule. Wir haben euch ja bereits dreimal die Welt der Luft entführt und ja, heute geht es um das spannende Thema Wasser. Nicole, was hast du denn für ein Experiment heute? Hallo Iris, hallo Kinder. Heute ist die spannende Frage. Iris, was meinst du, kann Wasser bergauf fließen? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ihr euch? Ja, dann wollen wir mal gemeinsam experimentieren und ich möchte euch zeigen, dass es funktioniert. Hallo, ich bin's, das Maskottchen. Mal schauen, welches Experiment sich die Jugendtechnikschule diese Woche überlegt hat. Bist du auch so gespannt? Dann komm doch einfach mit. So, für das heutige Experiment zeige ich dir erstmal, was du brauchst. Du brauchst zwei Schüsseln, eine davon gefüllt mit Wasser und einen Schlauch. Stell die Gefäße verschieden hoch nebeneinander. Das mit Wasser gefüllte Gefäß stellst du auf die Erhöhung. Dann nimmst du den Schlauch, gibst das eine Ende in das wassergefüllte Gefäß und an dem anderen Schlauch ziehst du. Sauge am Schlauch, bis Wasser kommt. Verschließe den Schlauch nun mit dem Daumen und halte dieses Ende in das andere, leere Gefäß. Jetzt nimm den Daumen vom Schlauch. Du siehst, wie das Wasser vom oberen Behälter in den unteren Behälter läuft. Wie du nun weiter siehst, muss das Wasser hierfür erst ein ganzes Stück bergauf fließen. Hast du eine Idee, wie das Wasser von dem einen Gefäß in das andere geflossen ist und dann auch noch bergauf steigen konnte? Hast du denn schon eine Idee? Ja genau. Das Wasser steigt im Schlauch nach oben. Denn das Wasser im unteren Ende des Schlauches zieht das Wasser aus dem oberen Gefäß hinterher. Selbst wenn es dabei erst nach oben steigen muss. Du kannst es dir so vorstellen, dass Kinder sich an der Hand nehmen und das erste Kind zieht alle anderen Kinder hinterher. Wow, das Wasser kann also wirklich bergauf fließen. Hast du das gedacht? Und die Erklärung ist gar nicht so schwierig, wie ich gedacht habe. Die einzelnen Wassertropfen im Schlauch sind nämlich alle miteinander verbunden und halten sich durch eine Kraft aneinander fest. Somit zieht ein Wasserteilchen alle anderen hinterher. Selbst wenn es bergauf geht. Nicole, das war ja wieder ein spannendes Experiment. Du, ich frage mich jetzt, was passiert denn, wenn die Gefäße gleich hoch sind? Ja, dann fließt das Wasser nur so lange in das zweite Gefäß, bis beide Gefäße den gleichen Wasserstand haben. Okay, das muss ich dann auch mal ausprobieren. Und da fällt mir noch eine Frage ein. Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel in dem Schlauch sich Luft befindet? Hm, ich würde sagen, probiert es aus, was passiert, wenn in dem Schlauch Luft reinkommt. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust, uns das Ergebnis dann zu schreiben oder per WhatsApp an uns zu schicken. Und ja, vielleicht ein kleines Dankeschön an all die Kinder, die schon ihre Kommentare zu den letzten Experimenten uns geschickt haben und uns sehr so lange gefreut. Also, wir wünschen euch viel Spaß beim Experimentieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!